Musik Ja hallo liebe Brautpaare, ich bin heute wieder auf der Hochzeitsinsel Rügen unterwegs und betreue einen Brautpaar hier im Hintergrund gut zu sehen während der Hochzeitsfeier auf der Seebrücke hier in Selin. Ihr wollt auch am Meer Hochzeit feiern. Hier auf der Seebrücke ist es möglich im Baltiksaal hineintanzen in die Nacht und wieder erst aufhören, wenn die Sonne am Horizont aufgeht. Feiern dichter am Horizont über der Ostsee hier in Selin mit DJ Fischer Spezial aus Straßen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich im nächsten Jahr 2018 hier buchen würden. Ich bin gerne an Ihrer Seite. Übrigens, Sie können bei mir auch den Hochzeitsfotograf buchen. Ich bin auch Hochzeitsfotograf. Ich betreue Sie dann während der Trauung im Standesamt der Außenstelle hier im Baltiksaal und führe dann mit Ihnen ein Fotoshooting am Ostseestand direkt durch. Ja, und vielleicht wollen Sie auch sich einen Hochzeitsfilm erstellen lassen. Die dritte Option, die Sie bei mir wählen können, ist der Videofilmer. Ich erstelle für Sie eine Hochzeitsreportage von Ihrem schönsten Tag im Leben hier an der Ostsee auf der Ente Rügen. Und ja, die emotionalsten Momente halte ich für Sie fest. Die schönsten Fotos werden dann mit eingebunden in ein fantastisches Hochzeitsvideo. Habe ich Sie neugierig gemacht, dann klicken Sie auf diesen Button hier unter dem Video. Meine Internetseite www.dj-mv.de Ich freue mich auf Sie. Greifen Sie jetzt zum Hörer, rufen Sie mich an oder füllen Sie das Kontaktformel aus. Ich freue mich auf Sie.